Verbinder in Draw. LibreOffice. Objekte mit Verbinder verbinden. Objekte sind hier Galerie- und Zeichnungsobjekte. Wenn Sie einen passenden Verbinder ausgewählt haben, wird der Cursor zu einem Fadenkreuz. Fahren Sie mit dem Cursor zu einem Objekt an einem Rand, wo Sie die Verbindung beginnen wollen. Das Objekt leuchtet auf und zeigt Ihnen die möglichen Verbindungspunkte an. Klicken Sie auf einen Verbindungspunkt, halten ziehen Sie zum nächsten Objekt, wo die Verbindung enden soll. Das nächste Objekt leuchtet auf und die Verbindungspunkte werden sichtbar. Führen Sie den Cursor zu einem gewünschten Verbindungspunkt und lassen die Maustaste los. Wenn Objekte verschoben oder umgestellt werden, bleiben die Verbinder an dem jeweiligen Punkt fixiert. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren. Vielen Dank.